Erik hat gewixt. Alter, auf mich zu trollen! Ja, geil. Ich brauche auch keine Badesalze. Ach da. Ich bin jetzt wieder zurück. Mann, heroisch aufgesperrt. Ein brillantes Wort. In den To-Ding! In den To-Ding! Todeskraut, cool! Letzten hatten wir zwar schon ein paar Dutzend, aber... So. Voll die dunkle Scheiße hier unten! Wir müssen jetzt noch drei Schattenkugeln zerstören, bevor wir wieder... ähm... diesen Weltenfresser haben. Oder wir craften uns Wurmfutter. Ich hab meine... Warum kriegst du den ganzen? Oh, es geht hier. Ja, dann musst du sehen. Verdammt! Verdammt! Ich muss nochmal nach Hause die Sonne vergessen. Oh, was hast du vergessen? Die Bomben. Oh Gott. Ja! Halt! Hm... Hast du einen Dämonietspitzsacker dabei? Nein, ich hab die Schattenschuppen ja nicht, weil der Server nicht gespeichert hat. Hä? Äh, wir haben doch gerade übelst viel Dämonietspitzsacker bekommen, das muss doch reichen. Ich brauche aber Schattenschuppen dafür! Hä, hast du Schattenschuppen für eine Dämonietspitzsacker? Jaaa... Na... Boah! Guck ich mich mal ein bisschen um... Hm... Hier ist eine Schattenkugel, aber die hast du bestimmt schon gesehen. Hm, bleib trotzdem mal da. Ja... Die können wir als erstes... Ja... Kann ich mal hingehen. Glücklich weiter geht's hier auch nicht. Nein, das ist zumindest schmal, das heißt nichts. So... Und jetzt warten wir. Das Spannendste, was ich den Zuschauern antun kann. Äh... Jaja, Wasser verhält sich sehr realistisch in Terraria. Mal, jetzt ne... Boah! Ich hab meinen Zauberer gesehen, Panik! Boah! Der sieht sehr pädophil aus. Alter, er geht mir so auf den Gesicht... Er geht mir so auf den Gesicht... Er geht mir so auf den Sack, ihr Fickgesicht... Da! Alter, sei nicht wieder so... Boah! Warte mal, ich muss ne Aufnahmestopp machen. Und in einer wenigen Sekunden während der Aufnahmepause... Hat Alex sich nicht nehmen lassen können, noch ne Bombe zu zünden. Und anstatt dass du Aufnahmestoppst die ganze Zeit machst... Anstatt dich mal zu muten einfach. Hm? Anstatt dich einfach zu muten. Hast du... Hast du was? Anstatt dein Mikro einfach auszuschalten. Ich muss jetzt hier wieder einstellen. Das Ding hat nämlich keinen einfachen Ausknopf. Welche Aufnehmer müsste ich hier wieder meinen ganzen Bildschirm mit aufnehmen... Während ich mich hier durchschalte und ein Mikro ausschalte. Und außerdem dauert das länger, nochmal einen Aufnahmestopp zu machen und dann zusammenzuschneiden. Das beschwerde ich mich. Ich soll mal Kugeln verschwenden, Töpfe aufzuk... äh... zu knacken. Dämoniert. Dämoniert. Cool. Brauch mal ein bisschen Schattenschuppen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und das ist wieder Dämoniert. Mann. Ah, das meintest du, oder? Ja. Hm. Ich hab's so manchmal... Bin ich nicht so aufmerksam. Nicht mal. Oh, shit. Ey! Geil! Äh, wie hab ich das überlebt? So, jetzt hier erstmal... Die Kugel hier. Tudor ist nicht... Warte, da unten war grad irgendwas. Auch ne Qual. Geil, wie viele Dämonen... Wie viele... Dämonen-Alterie hier stehen. Und... Topf. Mehr Dämoniert. Geil! Und noch... Noch ne Schattenkugel. Und der... Da geh mir nicht so weit verhauen. Hm? Ich geh mir nicht so weit einfach raus. Ich brauch ja auch... Ich brauch ja irgendwie mal Licht. Achja, du... Äh, hast du nicht Leuchtstäbe dabei? Hm, ich hab die verbraucht. Boah, das ist wieder schlimm. Da waren ja auch nur noch drei. Wieder mal drei Dämonen-Alterie. Oh. Noch ne Schattenkugel. Sag mal, kommst du zweit mal? Hm? Hm? Hm, vergesse. Strahlen-Trank. V-Bene... Was? Cool. Äh, okay, du hast gerade nach Schattenkugel... Ist das stört was dort drin? Und ich guck gerade... Ein Stern-Kraft-Band. Präzise. Oh, er hört mein Mana. Das ist natürlich cool für dich. Also muss ich... Mal gucken, was ich hier für... Boah, es leckt gerade ziemlich. Ach so, kein Wunder. Ich hab vergessen, mein Download zu stoppen. Was hast du gemacht? Ich hatte vergessen, mein Download zu stoppen. Was ich eigentlich machen wollte. Das erklärt aber nicht, warum das Internet langsam ist, weil... Äh, doch. Wegen dem Download. Leck das. Wenn du vergessen hast, den Download zu starten? Dann läuft der ja nicht. Ich hab vergessen, ihn anzuhalten. Ach so. Ich hab grad starten gehört, irgendwie. Ich werd jetzt auf der Aufnahme testen, ob du das gesagt hast oder nicht. Boah. Ich hab nochmal die langsame Schussfrequenz kurz... Alter, ich brauch mal hier Licht. Ich brauch mal ein bisschen... Zeit, ohne dass irgendjemand oder etwas versucht, mich zu töten. Aber die hab ich in Terraria wohl nicht. So, wo bist denn du? Naja, egal. Welcher. Boah. Ein normaler Wurm in der Corruption? Ach Mensch. Alter, das ist... Eine mörderische... Eine mörderische Moskeehehehe. Die ist für dich. Okay, zeig mir her. Warte. Hier. Und das Ding ist richtig awesome. Das will ich ja gleich mal testen. Wow, die ist wirklich richtig awesome. Tempo und Schaden. Und dann noch das andere. Da bin ich doch glatt glücklich. Bin ich einmal in meinem Leben mit etwas zufrieden. Boah, Bombe. Waren es zwei Bomben? Vier. Oh. Ich hoffe jetzt einfach immer wieder ein bisschen näher. Schneller. Ich hoffe jetzt schnell so. Hey, das ist mein Block. Häng dich woanders ran. Okay. Jetzt müssen wir den Eat of the Worlds bestellen. Mach ich doch. Oh scheiße. Oh. Wirf die Kugeln irgendwo hin. Hey, warte. Was ist das? Boah, Mann. Immer da wo ich mich grad Enterhaken... ...hin Enterhaken... ...hin Enterhaken will, ist das Vieh. Der Meteorit auch noch. Super. So. Know what, wir jetzt drauf... ... ob das Ding schnell schlägt... Aha. Boah. So. Einer von denen ist glaube ich engfürlich tot. Oh scheiße. Jetzt wirds eng für mich. Okay, du hast... ... du hast nur noch ordentlich liegen übrig. Naja. Äh, äh. Jetzt wird er doch. Ey, ich hab meinen Spawn nur doch gesetzt, ich hab's genau gesehen. Ah, Goblin! Alter, die Goblins spawnen um mich herum! Penis! Ah, Scheiße! Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Wie viele Magier sind denn das? Aber ich hab'n Sternschnuppert. Ich hab'n Stern... doch nicht. Das ist nicht so. Ich bin so gut wie tot. Ich bin tot. Und ich so gut wie. Alter, du... boah. Ich halte sie auch hoch. Ey, kann ich ja wirklich... Ja, mein, meiner ist durchweg. Wieso sind jetzt auf einmal die Goblins da? WTF? Ach, du bist auch da hinten gespawnt? Ja. Warum, äh, ich, sind unsere Spawnpoints nicht im Hause? Wir haben die Wetten noch da hingesetzt. Ja, vielleicht weil jetzt einfach die Goblins reinmarschiert sind. So, strange. Was? Ich renne jetzt erstmal von den lila Zauberkugeln weg. Ja, genau. Da muss ich auch mal ne Weile. Hallo, Alter. Das Gute an den Goblins ist, diesen ersten eigentlich leicht zu töten. Und zweitens geben sie Geld. Ziemlich gut, ja. Goblins sind ja allen Fan, die sie über Kante für Geld zu haben. Ich dachte... Alter Schwede, die bumst mich ganz schön. Ähm, okay. Ich will nichts mit einer sexuellen Fantasie mit Goblins erfahren. Woha! 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 Die haben sich aber wirklich geteleportet. Alter, was hat denn der für ein cooles Teil? Das können die auch. Ohne Harpone, die ist gut. Schieß damit, schieß damit richtig in die rein. Ich will erst... Ich muss die erstmal aufsammeln. Woha! 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 Fress das, ihr Scheißstücke! Oh! Woha! Ja, der App for das echt irgendwas Cooles. Können wir nicht mehr... War auch schon Spinnennetzen, was Stachelwelle haben kann. Da sind ja ein Paar schon wieder auf dem Grafen. Aber da sieht es doch noch nach einem würdigeren Kampf zu uns aus oder? Jep! Und das hat der scheiß billige Weltenfresser. Von hinten! Schieß mit der Harpune, verdammt! Wollte ich eigentlich die verdammten Ungestellte mal als Schwer zu holen? Schieß einfach mitten in die rein! Mach ich ja! Aber die Harpune... Die Harpune macht mir gut Schaden Stachelball! Loll! Oh! Oh! Ich hab gar nicht auf mein Leben geachtet! Genau in einen Zauberball reingesprungen! Aber jetzt hab ich die Harpune! Na fein hier! Jetzt gibt's was mal! Für Sparta! Kannst du vor mal spawnen wie du willst du? Du wirst Zauberer, wie spät ich trotzdem! Was ist denn du für ein Stachelball? So ein Morgenstern! Ja, die sahen eigentlich mit Morgenstern was anderes, aber... Es gab auch welche mit Ketten! Ja klar! Ja schon! Wenn's keine Kette dran gewesen wäre, wär's ein Streitkräuter! Das ist ein Unterschied! Ja stimmt auch ja! Aber die werden ja nicht so ausgefahren wie meine Harpune hier zum Beispiel! Ja schon! Du kannst die Zauberkugeln auch abwärmen! Wie mach ich das? Mit dem du einfach gegen die Zauberkugel schlägst! Oh! Allerdings mit einer langsamen... Uah! Genau in die Hatschung! Allerdings kannst du mit deiner... Wieso rechts oben schützt du mit dieser langsamen Schussfrequenz? Wo ist denn der? Du kannst mit deiner Harpune allerdings viel schneller flagen als ich mit meinem... Das glaub ich gerne! Dann ja! Das macht sogar Sinn! Wow! Stachelbälle! Und natürlich machst du auch viel mehr Schaden! Achso? Ich dachte dabei macht aber auch gar nicht mehr Wicht! Fuck it! Fresst Feuer, ihr Bastard! Und hab Hunde! Wow! Warum gefallen mir meine Kämpfe irgendwie eher? Da hab ich noch ein bisschen Klumpfgefühl dabei! Alter wir haben dann richtig schön viel Geld wieder! Das hab ich doch! Warte ich noch! Dann können wir uns hier liegen! Ohlololol! 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 So weiter! Aufzunehmen! Äh nein nein! Tu mit deinen Scheiß Hermes Stiefeln! Komisch! Jetzt sind's auf einmal nicht mehr da! Ja ich hör auch keine Kampfmusik mehr! Sollte wir... Ich geh noch... Ich geh nochmal zurück! Die Weltenfresser hast du... Lass nochmal zurückgehen! Wir müssen die unbedingt besiegen! Okay! Die Weltenfresser hast du nicht besiegen können? Nein! Nein! Der ging dann mit allen seinen Teilen auf mich! Die brauchen irgendwie Granaten oder so was wir auf den werfen können! Hm... Bomben! Stimmt wir müssen Bomben auf den werfen! Ja schon aber... Das ist... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit ist wie wir uns selber in die Luft sprengen dann? Gar nicht! Nicht? Nein! Wieso nicht? Ah! Wir haben die platziert! Schon gefällt mir die Musik erheblich besser! Aha! Boah! Diese Leuchte für mich immer! Irgendwie! Komm! Komm! So nach dran! Diesen... Saubere Wall abzuwehren! Na! Ah! Nehmt das! Okay! Du kommst da auf! Grönhäutigen... Äh... Grönhäutigen... Äh... 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 Hilf mal! Ich brauch Beleidigungen! Und ich brauch Sauerstoff! Kannst du mit beiden dienen? Schau! Harbo, Sauerstoff! Boah! Wie viel Geld das hier drin liegt! Aaaaaaah! Rambo! Was ist denn Rambo los? Boah! Wenn nicht! Schmeckt fein Harpoonketten durch den Bus! Ja! Wir haben gesiegt! Ja! Sieg fein! Alter! Ich töte dies nicht mit meiner Harpune! Wird nicht können! Wird nicht können!